Immer wieder schön hierher zu kommen, diese Farben, diese Welt, einfach alles so schön, ich find's so geil. Gut, erkunde die Region von Aphrodites Statua, da werden wir jetzt als nächstes hingehen, aber was ich eventuell nochmal davor machen würde, ist diesen Durchblick einmal nochmal aktivieren und gucken, ob noch irgendwo was ist, weil wir haben immer irgendwo was. Wie wir jetzt festgestellt haben, Ambrosia brauchen wir ganz, ganz viele, das heißt Ambrosia für unsere Leben, das heißt, ich glaube, wir brauchen sechs Stück oder manchmal auch acht Stück, um einen Lebensbalken zu bekommen. Also auch schon ziemlich viele Ambrosia. Oh, da kwinkelt noch was, da funkelt noch was. Oh, aber das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht eingefangen. Das ist Ambrosia, ey, wir brauchen so viele davon. Hä? Gesundheitsverbesserung verfügbar, hey! Was war das? Blitz aus blauem Himmel, neue Quest, super, immer neue Quests. Aber wir werden jetzt eher auch, nee, das Gewölbe wird auch bewacht. Mann, ich wollte jetzt erstmal in das Gewölbe, um wieder ein paar Rätsel zu machen. Jo, was ist er denn für einer da drüben? Mann, ich bin zu viele. Das sind zu viele, holy moly, ey. War ich müde, diese Peile, wo wir so nach oben gehen. Das ist so geil. Du kannst sie richtig gut betäuben, kannst du die. Er ist ja sehr heftig hier, der, der Typ. Der beschwört mal wieder welche, na super. Ja, genau. Mann, 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 Mann. Boah, Digger, ging mir das auf den Sack. Wir gehen jetzt rein, let's go. Boah, das ist zu heftig. Okay, zweite Stufe. Also ein bisschen schwieriger. Okay. Der muss wahrscheinlich hier oben drauf, weil ich den ja nur rollen kann. So, wo kommt der, ah, der muss hier hin. Ja, und jetzt? Äh, muss ich das jetzt verstehen? Ach, okay, und der, den kann ich jetzt wahrscheinlich wieder nehmen, weil der, die er nur aktiviert hat da. Den muss ich wahrscheinlich jetzt wieder weiternehmen, um den jetzt wieder fortzuführen. Äh? Oder muss der hier hin? Aber ich krieg den... Warte mal. Ich muss das mal anders eben machen. er geht ja nicht er muss ja hierhin aber schon mal warte mal ich glaube ich ob der muss muss hierhin das egal welcher und weil ich bin ja jetzt so nur bewegen kann so muss der hier wahrscheinlich dann dahin also ist egal welcher weil wo auf welcher plattform geht so dann kann ich mir nicht den jetzt auch noch schnappen ja der geht da hoch okay perfekt so wollte ich so dann gehen die beiden klappen offen oh man und den kann ich jetzt auch nur wieder bewegen ja schaffen wir es doch der muss da jetzt eingelocht werden den muss ich jetzt hier weiter mitnehmen das war knapp holy moly er muss jetzt hier runter aber der kommt da auch unter nein jetzt ist er weg jetzt muss ich wieder alles von vorne machen oder was aber warum bin ich gleich so äh hat am anfang nicht geklappt okay da kommt ein neuer ja die muss ich jetzt hin packen da oben ja und jetzt kann ich die hier die kann ich jetzt den berg runter schicken gut okay effekt ist jetzt oben dann kann ich die kugel hier weiterleiten das ist ja richtig großes dickes rätsel ja aber es geht nicht auch das für die andere muss ich gleich noch mal die andere kugel holen ja 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 genau und dann kommen wir an die kiste da oben dran perfekt sauber hoffentlich sehr was gutes drin perfekt in grün aber in lila fällt mir das irgendwie besser war nicht gekriegt ein gesundheitsfeld dazu und ein ausdauerfeld dazu wo das ist ja gemein was hätte ich hier verteidigung gegen einzigartige gegner ein ausdauerfeld dazu machen war glaube ich oder ich kann die erst anziehen wenn ich hier aus dem gewölbe draußen bin das kann natürlich auch sein so jetzt muss ich gerade mal gucken wie mache ich das jetzt mit der kugel hier ich muss wahrscheinlich wieder alles von neu machen weil ich die nicht hier hochkriegt und alles nur wegen dieser einen blöden kiste wo hoffentlich auch gutes zeug drin ist was mir eine gute rüstung gibt vielleicht mit so ein bisschen ausdauer da wäre ich schon sehr mit beten so da haben wir gleich bis den blitz des zeus wieder dahinter ist nichts perfekt drei stück so und der müsste jetzt auch geschlossen war ein sauber jungen so wir haben auch nur eine truhe da wäre noch eine truhe wir gehen mal da unten hin ja 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 ich werde das auch der ist auf jeden fall zerbrechlich jawohl das war die aufgabe die harfe so dann hätten wir hier noch eine truhe aber ich glaube die war ja so richtig gut bewacht ach du scheiße naja hier ist so eine truhe wir haben also einen eigenen da scheiße dicke zyklop er ist nur hinter mir her dann musst du dich in dem moment blicken das juckt ihm halt gar nicht dieser kleinen stein immer immer kann ich nicht ausweichen meine fresse hat mir das gereicht wo kämpft denn noch kämpft doch nicht mehr du willst mich doch jetzt verarschen oder alles das all das wegen das hier ich kämpfe doch nicht mehr ich habe doch hier nichts mehr geht doch meine gute neue waffe ja da sage ich nicht nein und die sieht sogar noch geil aus zu verdreifachen nehmen wir weil das sieht nämlich sehr interessant aus so 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 Das war's für heute. Jawoll, guck mal, das war doch jetzt 1A, ohne Schaden zu nehmen. Das war doch jetzt mal gut. Genau, aber Gesundheitsverbesserung ist sogar verfügbar. Ja, easy. Ja, so langsam komme ich wirklich ins Game rein. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Tastaturen oder die Tasten noch alle richtig zuordnen kann. Hm, so, wir haben wieder eine weitere Mütze. Schaden mit Pfeil und Bogen. Nee, dann behalte ich lieber diese eine hier. Mit Komboabschlüssen. 160 Schaden gegen unverwundete Gegner. Hä, warum nehme ich die denn nicht? Dann nehme ich lieber doch die. Entdeckt, Göttin der Liebe. Apotito. Tag. 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 Bis zum nächsten Mal.